Hi, hier ist Lars von IG Fotografie. Ich habe von allem zu viel habe ich gemerkt. Ich habe viel zu viel Fotoequipment in den letzten Jahren angehäuft, gekauft, gebraucht, gekauft und habe irgendwie eine Sache verpasst und zwar die Sachen, die ich nicht brauche, wieder zu verkaufen oder abzugeben oder zu verschenken. Ich habe alleine sieben Kompaktkameras, habe ich gerade beim Aufräumen hier in meinem kleinen 3x3 Quadratmeter Seitenbüro gemerkt. Also hier ist auch mein ganzes Equipment immer gelagert und ich muss dann viel die Kartons von A nach B räumen, um irgendwie an die Sachen ranzukommen und es gibt Sachen, da liegt mir halt was dran. Also die will ich dann auch nicht verkaufen, aber die haben jetzt auch keinen großen Wert, eher den ideellen Wert. Moment hier, also diese hier zum Beispiel, das ist die Alpho Junior, meine erste Kamera war das. Also das ist eine kleine Point-and-Shoot, analoge Kamera, mit der habe ich, als ich so 10 oder was war, dann angefangen zu fotografieren, habe mir mein Vater geschenkt und die habe ich gerne, die Kamera bedeutet mir was, mit der habe ich auch vor einiger Zeit noch mal einen Analog-Workshop mitgemacht, wo ich so selber auch die Bilder dann entwickelt habe und so, das fand ich ganz spannend. Aber ich habe halt auch viele Kameras, die haben dann eigentlich keine Bedeutung oder keine richtige Seele oder so Equipment, das irgendwie mir eigentlich nichts bedeutet, dass ich behalte es aber trotzdem. Ich weiß nicht genau, ob ich dann einfach zu faul bin oder es mir dann nicht wichtig genug ist, dass ich dann irgendwie den Platz habe, aber vielleicht geht es dir ja auch manchmal so, dass du auch einfach von viel zu viel hast an Sachen. Irgendwie meine sieben Kompaktkameras von der, also ZV1 jetzt mit der filme ich, mit der RX100, ne, jetzt bringe ich hier durcheinander, Fuji X100F, das ist so eine eigentlich auch jetzt nicht ganz günstig gewesen, eine Kamera, mit der ich manchmal dann auch so auf Street-Fotografie-Tour bin, dann die Sony RX100 III, irgendwie fast baugleich wie diese, wie ich dann nach dem Kauf festgestellt habe, dann die Canon 6D, Canon 6D Mark II, Canon RX6, Canon 550D und so weiter und so fort, Canon Powershot, relativ viel Canon, wie ich gerade merke, aber ja und dazu dann irgendwie auch noch den ganzen Objektiv, Fuhrpark, das was mir halt auch ein Rätsel ist, also selbst mein Kit-Objektiv von ganz vom Anfang, das 18 bis 55, habe ich auch noch. Das würde ich nie wieder nutzen jetzt, also weil ich habe dann natürlich jetzt irgendwie bestätigt dann aufgestockt, aber nach hinten raus irgendwie verpasst, die Sachen zu verkaufen. Das ist natürlich das gleiche wie Laptop oder viel Technik, die ich dann natürlich rumstehen habe, mag ich auch irgendwie so technische Sachen, aber wenn einfach der Platz nicht da ist, dann ist es natürlich nervig. Also auch gerade bei so ein paar Sachen, die natürlich einfach irgendwie, die mussten auch nicht sein. Also jetzt die, das Upgrade von der 6D auf der 6D Mark II, das hätte ich mir auch sparen können. Also ich war damals ganz in der Euphorie für bessere Nachtfotografie und Langzeitbelichtungsbilder und war immer wieder nachts unterwegs und abends unterwegs in und um Berlin und dachte jetzt, die Mark II, die macht das irgendwie alles besser. Dann mache ich bessere Bilder mit. War aber nicht so. Also die Bilder sind besser geworden, weil ich mehr daran gearbeitet habe oder mich mehr gefragt habe, warum die oder die Bildgestaltung dann vielleicht sinnvoll ist oder die oder die Perspektive sinnvoll ist. Aber sie ist nicht besser geworden, weil ich mir jetzt nochmal für, keine Ahnung, was die damals gekostet hat, anderthalb tausend Euro oder irgendwie sowas. Und dann musste es auch noch gleich wieder noch ein Objektiv dazu sein, weil es war ja dann irgendwie gleich im Angebot. Dann habe ich irgendwie 2200 Euro dafür bezahlt. Also was für ein Wahnsinn. Und dann kam irgendwann danach die R6 raus. Na gut, die R6, die ist jetzt wirklich nochmal ein Quantensprung für mich gewesen. Auch das erste Mal, dass ich von der Spiegelreflex auf eine Systemkamera... Trotzdem sind es ja auch alles gute Kameras. Also auch die 6D ist eine gute Kamera. Auch die 550D ist auch eine tolle Kamera. Wenn ich damit losgehe und Fotos mache, dann bezweifle ich, dass viele Leute sehen werden, ob ich das jetzt mit der 550 gemacht habe oder dann mit der 6D Mark II. Liegt aber vielleicht auch an meinem Fotostil, dass ich dann sehr viel Linien, Geometrie und Ähnliches dann irgendwie drin habe. Und da ist es dann auch egal, was für eine Hightech-Kamera ich dann habe. Also ich bin ja jetzt nicht von einer kleinen Point-and-Shoot auf eine Hasselblatt oder was umgestiegen. Aber trotzdem frage ich mich, wo es dann herkommt. Dass ich immer wieder denke, dass ich durch neues Foto-Equipment bessere Bilder machen kann. Dann ist es ja auch, als ich jetzt angefangen habe, mehr und mehr mit Video zu machen, habe ich mir halt ein Schulterstativ gekauft. Dann habe ich mir so ein Gimbal gekauft. Dann habe ich mir noch ein Gimbal gekauft. Dann habe ich mir ein Handy-Gimbal gekauft. Dann habe ich mir eine Drohne gekauft. Und so weiter und so fort. Eine schnellere Speicherkarte gekauft. Vielleicht bin ich dann in dem Moment einfach in der Begeisterung und freue mich darüber. Und habe dann wieder ohne Frage, wenn ich eine neue Kamera habe, gucke ich wieder durch die ganzen Bedienungsanleitungen. Und so durch, auch wie hier bei der ZV1. Da ist es irgendwie auch wieder ein ganzes Buch, was man irgendwie dazu durchlesen kann. Ist auch wichtig, weil ich auch gerade natürlich bei so einer Kamera dann wieder die Tastenbelegung und das Kurzmenü und sowas alles sicherlich verstehen und lernen muss. Aber besser werden meine Fotos durch eine neue Kamera nicht. Vielleicht durch ein neues Objektiv. Das gebe ich zu. Also der Sprung vom KIT-Objektiv auf meine erste Festbrennweite war schon gigantisch. Aber das Objektiv war jetzt auch nicht super teuer. Also damals habe ich dann von dem 18 bis 55 Millimeter bin ich dann auf das 50 Millimeter Kennen umgestiegen, was irgendwie damals auch 90 Euro gekostet hat. Also es war jetzt nicht die Welt. Und da hat sich meine Fotografie schon wirklich weiterentwickelt, weil ich bin einfach dann überhaupt auf das Thema Festbrennweite überhaupt erst mal gekommen. Aber es ist halt die Frage, warum wir alle immer denken, wenn wir neues Equipment haben, dann fotografieren wir besser. Das ist nicht so. Also bei mir kann ich von mir sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das finde ich eine wichtige Erkenntnis, für die ich sehr lange gebraucht habe. So für mich. Ich weiß nicht, ob ich mir nicht trotzdem auch immer noch wieder neue Kameras kaufen werde. Ich bin da auch natürlich noch ein Spielkind und habe jetzt schon wieder überlegt, bei der R6 muss es vielleicht die R5 sein, weil die vermeintlich doch ein bisschen mehr kann, was ich dann aber vielleicht auch gar nicht so richtig nutzen werde. Ich lasse dich einfach mal mit diesem offenen Ende so ein bisschen ins Grübeln kommen. Ich freue mich, wenn du Lust hast, mit mir zu diskutieren und auch die eine oder andere Frage zu stellen oder auch, was du dir vielleicht auch zu viel gekauft hast in der Euphorie und das vielleicht gar nicht richtig genutzt hast. Also bei Filtern und Stativen will ich gar nicht erst anfangen. Ganzes Regal hier voll an der Seite. Ich sage vielen Dank. Bis bald. Lars von IG Fotografie.